In einer ehemaligen Schule in Esslingen sitzt das Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Hier werden Kulturdenkmale des Landes erfasst, dokumentiert und erforscht. Zudem werden die Eigentümer beraten und das kulturelle Erbe sowie Maßnahmen zu seinem Erhalt in der Öffentlichkeit vermittelt. Hinter den Kulissen setzen Spezialisten für ihre tägliche Arbeit modernste Techniken ein. Das ehemalige Schelztor-Gymnasium, der heutige Sitz des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium, gehört zu den stattlichsten Bauwerken der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Esslingen. 1876 als Realanstalt erbaut, wurde das Gebäude bis 1979 weiterhin als Schule genutzt, als Gymnasium. Danach folgten Jahre des Leerstands und auch der Ungewissheit und eine Abbruchgenehmigung wurde erteilt. Glückliche Umstände und eine sehr engagierte Bürgerschaft in Esslingen ermöglichten, dass das Gebäude erhalten wurde und einer Umnutzung zugeführt werden konnte. Im Jahr 2003 konnten die behutsamen Umbaumaßnahmen erfolgen und auch die Ergänzung um den Glasneubau fand statt. Das von Stadtbaumeister Wenzel erbaute Gebäude erschließt sich als Dreiflügelanlage. Die Backsteinfassade erfährt architektonische Betonung durch das Mittelrissalit mit dezentem Bauschmuck. Im Zuge des Antrags zur Ernennung zum Weltkulturerbe der Höhlen der ältesten Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb haben wir hier vom Landesamt für Denkmalpflege diese bedeutenden Fundstellen der Menschheitsgeschichte, hier wurden unter anderem die ältesten Musikinstrumente, aber auch die älteste figürliche Kunst der Menschheit erschaffen, digitalisiert. Es handelt sich um sechs Höhlen. Die haben wir mit modernen Verfahren, Laserscanning und 3D-Fotogrammetrie im Prinzip in fotorealistische 3D-Modelle am PC umgesetzt und haben diese dann auch in einer Virtual Reality App vereint, sodass den Besuchern praktisch von überall auf der Welt der barrierefreie Zugang zu diesen mit bedeutendsten Fundstellen der Menschheit, die wir hier in Baden-Württemberg haben, ermöglicht wird. Wir sind jetzt im Restaurierungsatelier der Bau- und Kunstdingmalpflege, wo sechs Restauratorinnen und Restauratoren beschäftigt sind, die verschiedene Fachbereiche abdecken. Zurzeit haben wir ein Gemälde aus Harthausen hier im Atelier bei uns liegen, welches über mehrere Jahrzehnte ausgelagert war und auf dem Kirchenboden verstaut worden ist und dort sehr gelitten hat durch verschiedene Klimawechsel, extreme Klimabedingungen. Dieses Bild ist mittlerweile so verworfen und muss nun dringend wieder restauriert werden. Und dazu sind einige Arbeitsschritte nötig. Es gab ein Vorprojekt durch Restauratoren, die den Gesamtrahmen auch ermittelt haben, die einen Konzeptrahmen aufgestellt haben und nun warten wir hier, bis die Finanzierung steht und das Bild in die Restaurierung gehen. Dieses stark verworfene Bild müssen wir nun in seinem Bestand erstmal erfassen und dokumentieren und das gelingt uns mit einem Oberflächenscanner, der diese starken Verwerfungen uns veranschaulicht. Das wird eben nach der Restaurierung, nach dem Abschluss nochmal vorgenommen, um den Prozess der Rückgewinnung eines geraden, platten Leinwandbildes wieder zu bekommen. Und so können wir diese Technik hier sehr wirkungsvoll einsetzen. Das Schadensbild an dem Gemälde ist sehr gravierend. Die Malschicht, die droht abzublättern. Deswegen müssen zuerst mal Notsicherungen, so kleine Pflasterchen aufgeklebt werden, dass das Bild wieder bewegt werden kann, dass es aufgerichtet werden kann, dass es auch umgedreht werden kann. Und deshalb sind noch solche Notbeklebungen, provisorische Beklebungen notwendig. Wir sind heute Morgen hier im Herzstück der Landesdenkmalpflege, nämlich im Hauptdienstssitz in Esslingen. Ansonsten sind wir verteilt über das ganze Land Baden-Württemberg. Insgesamt finden sich bei uns ca. 20 bis 30 verschiedene Berufsgruppen. Das reicht vom Grabungsarbeiter über den Archäologen, über die Diensthistorikerinnen, den Architekten bis zu Juristen und Verwaltungsbeamten, also das gesamte Spektrum, um die Aufgaben wahrnehmen zu können. Und das ist immer, dass das ganze Gesamt nicht zu können. Bis zum nächsten Mal.